heilig und herzlich Willkommen in Belgien zum 13. Rennen wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe. Doch 13. Rennen müsste das sein. Mit allen von uns Barser, Daudi, Disney, Mr. V und Time Master. Bei Time Master haben wir leider... Ich wollte du etwas sagst. Ich sitze in einem Toro auch so. Ja, da habe ich mir fast gedacht, dass das nicht geklappt hat. Ja, dann... Gut, fahr ich das Poli-Fall mit. Ja, Time Master fährt das Poli-Fall mit und lässt das Rennen höchstwahrscheinlich als Zuschauer. Mit Tastatur. Kommentierst deine KI. So, wir schauen als allererstes Mal aufs Wetter. Es ist auch trocken. Total trocken. Ich schrei doch nicht so. Oh Gott, ist erst mal voll hier die Stricken. Wer ist denn hinter mir? Könnte Mr. W sein. Ja, ein Pinker auf jeden Fall. Achso. Ja, ich höre dich ganz leise, deswegen. Also, das ist ebenfalls raus. Ist so besser? Ja, genau. Ja, viel besser. Mach ich schon langsam. Ich hab mich da weh vor mir. Ja, ich weiß. Ja, fahren alle langsam. So, ja, was Alex anmelden wollte, die Bränen fahre ich zukünftig nicht mehr mit. Damit niemand mehr in mich heimfahren kann. Außerdem das Hinterherfahren ist... Meines Erachtens ein bisschen sinnbefreit und deswegen... Liefer ich lieber Bilder von den anderen als... Ja, gut. Histecke, versuch mal, äh, was? Was denn? Äh, die Himmstadt zu gehen. Oh ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt rechtzeitig gestartet habe. Das kann ich jetzt nicht sagen. Na, ich glaub, ich bin zu früh sogar. Aber ich komm genau da zwischen raus. Was? Wow. Fahrt sich auch gerade alle. Ey, war zu früh. Ja, stimmt. Ich hab auch viel zu wenig Sprit mit, fällt mir gar mal auf. Wisse. Ja, war zu flack. Ich hab doch nicht zu früh. Sorry. Fuck, fuck. Alles gut. Jetzt soll ich jetzt raus? Ja. Wo ist gerade? Nein, ich hatte aber auch übrigens Probleme gerade wegen Connect. Kann sein, dass ich jetzt gerade Disconnect habe. Das wäre echt ungünstig, weil du... Es lief eigentlich super im Training die ganze Zeit und... Ja, jetzt hattest du halt von 19 oder 20, ne? Wahrscheinlich 20. Naja, kann ich auch wieder reinkommen. Sollte er jetzt ein Disconnect haben. Ne, ist ja raus. Ist auch das raus. Ist raus, ja. Ja, ja. Das Qualified hat er jetzt... Klar, aber... Ja, du ändert uns ja auch safe dabei. Das ist ja... Das ist los. Ja. Nee. Na, muss schon. Gott. Ja. Du willst er jetzt die ersten... Vergiss es, Hamilton setzt ein Zeichen. Bei mir ist das jetzt leider ein bisschen schade, aber... Das ist mir halt schade. Da kann man auch nichts anderes machen. Aber wie man hört, Mr. Wehr hat immer noch, äh... Man hört die positive Stimmung aus, Mr. Wehr noch aus, weil er weiß, dass es es schaffen kann nach vorne in die Brücke. Oh Gott. Ich lass mir ruhig ein bisschen Zeit. Wir können ruhig ein bisschen fahren. Oh, okay. Ich bin auch raus. Nee, bin ich nicht. Ich hab nichts gesagt. Ja, Alex, mach hin. Wir haben ein bisschen geschlafen in der letzten Kurve. Oh, okay. Zieh du einfach gleich nach rechts. Also wenn ich so weit... Oh Gott, warum tue ich das? Nein. Geil, du warst zu schnell. Nein. Ja, okay. Schade für einen. Ja, ich war... Nee, ich wollte es halt mit... Ich werde nie zur Box ankommen. Oh mein Gott. Das geht nicht. Oh mein Gott, das war knapp. Ja, bei mir auch. Ey, das Positive bei mir ist... Oh, fuck! Nein! Na, draußen. Der fuck. Was passiert da? Das ist ja ein Witz. Was passiert? Was? Ja, normal auf der Strecke. Sie fahren nicht vorbei. Ich bekomme eine 5... äh... äh... 5... äh... 5... 400... Sie sind eh nicht reingefahren, oder? Oh, nee. Das ist... Das ist... Sie sind nur... Ich bin nicht vorbeigefahren. Ich bin mit 100... ... gefahren und... Ja, Fettel fährt auch nicht noch vorbei. Fettel fährt. Oh. Ey. Bullshit. Ja, die fahren auch nicht am Meer vorbei. Ich hab gar nicht Sprechen. Ich hab gar nicht Sprechen. Jetzt. Russell hat eine Strafe bekommen. Jetzt. Russell hat eine Strafe bekommen. Nee. Die bremsen wieder ab. Ricardo hat eine Strafe bekommen. Ich glaub, ich hab 10... ...Platze jetzt schon bekommen. Was? Was haben die zwei gerade gemacht? Boah. Boah. Was? Zum Teufel, ey. Mach die denn da. Fuck. Was macht ihr denn da? Alter. Ich hab das gute Fahrt. Die wollen... ...nicht vorbei. Ja, weil... ...gebe Flaggen sind. Ich weiß, glaub ich, warum. Ja. Ja. Auf Wohin. Auf Wohin. Auf Wohin. Ich glaub, die wollten alle in die Box. Hallo, der mit Lernformel, der wollte in die Box safe. Irgendwie Sainz und Oles sind gegeneinander gefahren. Ja. Ich war aber gerade nicht drauf. Ich hab nur gesehen, ich weiß, versteht wer. Ich hab genau die zwei. Und wir grad... Wohin. 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 Hatten wir in Aserbaidschan auch mit Leck Lerk. Und der war gestartet, ich hab doch von eins. Musste die dann alle vorbeilassen. Ja. Aber das Spiel ist ein bisschen buggy, muss ich sagen. Nur ein bisschen. Bisschen. Ja? Wollen wir das nochmal probieren? Ja, aber ich muss... Ich hab geringen Kreisschopf. Ich glaub's noch Walfall, ich hab keinen Spritz. Aber ich muss... Ja, ich komm nicht mal zu dir. Ich brauch noch 10 Minuten. Aber auch nicht die Sachen wegnehmen, beim Vorderbrennen. Du musst sechs Minuten mitnehmen. 2,7 Runden, dann passt es perfekt. Ja, ja, ja. 2,2 ist echt zu wenig. Dann kommst du mit 0,08 in die Box. Das ist gerade getestet worden. Ja, ich bin gerade mit 0,08, 0,06, irgendwie sowas in die Box. Ja, ich bin jetzt eine ganze Runde auf geringem Treibstoff gefahren. Ja, ich bin eine halbe Runde auf geringem Treibstoff. Auch Portierungen für... Auch vom Strafen, oder? Auch? Darfst du? Seid ihr gekommen? Nee, ich hab keine. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 46,8. Oh, ich hab gar nicht angekündigt. Oh, die Box wird auch noch gefährlich. Ich glaub, da fliegt auch noch in die Mondflügel. Also, als ich reingefahren bin, lagen da schon zwei. Ja. Ja gut, mit dem ganzen KI davor weiß man ja nicht, ne? Ja. Wie lange haben wir denn noch? Neun Minuten. In Disney, du gehst jetzt direkt raus? Äh, ja. Ja. Ja, insofern ich drin bin, man. Ja, stimmt, ich hatte eigentlich schon vorher raus können. Ey, probier ich jetzt auf dem Medium-Reifen? Nee. Weiß nicht. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Digga, warum fährt denn jetzt der... Ah, der fährt rein, okay. 2,7, wirst du? Ja. 6 Kilo. So. Daudi, wohlgemerkt, muss ich hier anmerken. 1,46, 5,47. Ja. Zweiter Sektor mit einer 47,4. Ich mit einem zweiten Sektor mit 47,3. Baza ganz starke 46,9 im zweiten Sektor. Dabei gehört Daudi, der letzte Sektor. 28,8, deutlich vor uns. Dessert auch 28,9 ausgeschlagen. Den letzten Sektor. Meine Stadt noch ist 28, wollte ich noch mal gerade bemerken. Ja, du bist auch noch 1,48,128 gefahren. Wir sind jetzt. Nois, erster Sektor, 19,5. Fuggy. What the fuck? Und zweiter Sektor, 62. Ja. Alles klar. Wo bist du? Ganz unten. Naja. Ich muss das diesmal gut teilen. Hau ich dich raus? Ja. Mach dich bereit. Wann bist du gerade in der schnellen Runde, oder? Wir spielen in der schnellen Runde, oder? Ja, das ist gut. Auch spannend. Jawohl. Könnte, könnte gut werden. Oh. Trägt nicht ganz das Gas. Da außen, du. Oh ja. Ein bisschen was fehlt. Geh jetzt nach rechts. Ah, das ist ja direkt auf Kies gefahren. Ah, dann ist ja die hier direkt auf Kies gefahren. Hast du irgendwie eine Runde, ein bisschen 10, oder die, bei dir ist das nicht der Geld hoch? Ja, wahrscheinlich ungültig. Ich wollte nochmal fragen. Nein. Wird nix? Wahrscheinlich nicht, ne. Also ich bin doch im Plus. Im roten Delta also? Nein, Minus, ich meinte nicht. 0,5. Ja, vielleicht kriegst du die letzte Kurve nochmal gut hin? Weiß ja nicht. Nope. Geht's, geht's. Minimal, ja. Ja, lila, na, äh, erster Sektor. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Der Tank ist leer, ja, ich weiß. Scheiße, ich hab vergessen, da runterzustellen. Fuck. Fahr, fahr echt nicht gut gerade. Geht mir auch so. Da war was schwer. Ne, 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 ne. Weggerutscht. Sieben Zehntel schon weg. Total vergeigt. Jetzt fahren sie alle raus. Ich will gucken, ob ich das noch schaffe. Ich glaube, dir ist dein Tank auch leer. Okay, du fährst ne 1,46. 1,50. Ich hab' ne 1,47. Ja. Komm schon, hau rein. Schnell, 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 schnell. Fertig. Schneller. Menas. Schneller. Ne, geht nicht. Ah, Mist, desektor. Warte, desektor. Nicht zu früh in die Box. Ich bin da schon. Bin ich, komm aus. Bist du schon. Shit. Ich hoffe, die schieben nicht zu rechtzeitig rein. Komm, schau mir nachs. Ich will es nochmal versuchen. Hä, aber warum werde ich jetzt reingeschoben? Du kannst doch reingefahren müssen. Nein, nein, ich meine, warum werde ich jetzt... Ach so, du bist doch gar nicht raus. Ich bin in die Box gefahren. Ich war sieben Zehntel dahinter, hinter meiner Zeit. Ja, das habe ich nicht mehr. Wie viel habe ich noch? 2. 2 Minuten. Genau, 2 Minuten. Komm, komm. Komm, na. Bist du mit knapp, ja, aber... 1,50. Oh, no, 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 no. Ich muss doch fast Max fahren dann. Hm. Das war's. Ne, sorry nicht. Scheiße. Es hätte was werden können, ja, aber... ...wärst du direkt rausgefallen. Natürlich. Ja, er konnte ja nicht, weil ich reingeschoben wurde. Er hat es eigentlich rechtzeitig gemacht. Ja, jetzt habe ich noch genug Benzin, wenn ich es schaffen würde, habe ich jetzt noch genug Benzin hätte. Ja, doch, für zwei Runden, glaube ich schon. Da bin ich nicht gerade so gefahren, ey. Lecker, Mio, ey. Ja, ne, 1,45 schnapp ich schon mal nicht. Noch 30 Sekunden in dieser Session. 30 Sekunden. Der Weg, keiner. Ja, ich kriege auch. Ja, warum, ey? Kannst du jetzt gleich schon machen? Der Weg, du kommst? So. Ich dachte, das ist gut. Das ist auch knapp, uhr. 2. Yo. Jetzt abgoingst du. Wow! Das liegt aber auch eine gute Runde hin, bitte. Der Delta ist jetzt schon rot. Nicht aufgeben, das kannst du immer noch ändern. Ja, ich hab das Gefühl, meine... Das ist nur ein Ratz der Fluss. Das ist ganz klar. Ja. 13. Fluss. 14. Fluss. Minus. Aber ich kann... Auf der heutigen Zeit schaue ich sowieso nicht. Alter, allein. Nee. Das war's. Durch die Ziele fahren oder durch die Boxen? Ja. Was ist das für eine Frage? Nein, ich nicht. Komm, bleib nicht stehen. Ich war froh! Bleib nicht vor der Ziellinie stehen. Ja. Ich hätte Daudi eh nicht geschlagen. Von daher... Zweiler ist okay. Doch. Du bist... Na ja, die Strafe noch. Nicht vergessen, ne? Die ist so verdammt dumm. Ja, dreimal. Dreimal 15 Position. Ja, moin. Daudi von 16. What? Dreimal also. Sie sind nicht total gefahren. Ich bin auf der Seite, nicht auf der idealen Linie gefahren. Und sie bramsen. Bramsen, 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 bramsen. Und dann bekomme ich geschraben. Rennleitung können wir leider jetzt gerade nicht gucken. Weil wir was ausprobieren. Und wir sehen uns im Rennen.